Ey, sag mal Hauke, was ist denn hier eigentlich bei Dungeons & Dragons los? Ich weiß auch nicht, Pivi, da ist nur Streit, nur Streit und alle Zanken. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Horts. Moin Hauke. Hallo Pivi, hallo liebe Zuhörer. Also sag mal wirklich, da ist ja wohl irgendwie richtig gerade quasi, wie soll ich sagen, Rumble in the Horde, Rumble in the Jungle, wie wir es vorhin auch irgendwie immer genannt haben. Da ist ja richtig gerade Stress an der Hacken, wa? Rumble in the Dungeon, echt, auf jeden Fall. Ey, unglaublich. Aber bevor wir zu dem Thema nachher nochmal kommen, lass uns doch nochmal eben so ein bisschen vorweggreifen. Du hattest noch was in der letzten Folge vergessen zum Thema Mechforce. Genau. Und zwar bei der letzten Aufnahme zum Jahresabschluss war ich am Ende so platt, dass ich es total vergessen habe, was ich nämlich noch im Dezember erlebt habe. Und zwar, wir hatten im Zuge dessen, dass wir Battletech uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, habe ich die Mechforce mal angeschrieben, die Mechforce Germany. Äh. Und die haben mich dann eingeladen zu ihrem Jahrestreffen. Und die habe ich dann, ich glaube das war der 11. oder 13., irgendwann Mitte Dezember, habe ich die Jungs besucht und wurde da sehr freundlich aufgenommen und konnte mir da eigenes Bild machen, was da für Leute sind, was die da spielen, wie der ganze Verein. Also es ist ja wirklich ein Verein, wie der ganze Verein so tickt. Und habe auch ein Probespiel gemacht mit Battletech Destiny. Und es war einfach nur cool, hat richtig Laune gemacht. War super. Das wollte ich nur, gerade weil es so schön war und so toll war, tat es mir leid, dass ich es in der letzten Folge vergessen habe, sodass ich das heute hier auf jeden Fall nochmal nachschieben möchte. Ja, überhaupt kein Problem. Sagen wir, Battletech Destiny ist ja so eine Art Mischmasch, ist ja von Death from Above Wargaming gemacht. Das ist ja so ein Mischmasch aus Classic Battletech und Alpha Strike. Genau. Es ist exakt in der Mitte. Man hat zwar noch Bögen, also nicht die kleinen Kärtchen wie bei Alpha Strike, sondern richtige Mech-Bögen. Aber die sind vereinfacht. Und man hat auch Punkte zum Abstreichen, Panzerung und alles Mögliche und kritische Treffer. Und so kann man alles, alles machen. Aber es ist sehr viel weniger als bei Classic Battletech. Und das gibt dem Spiel eine schnelle, spielbare Mechanik, das wirklich fließend ist, aber auch noch genug Tiefe, um halt wirklich erzählerisches Spiel zu erleben, sodass ich davon einfach hin und weg war. Also das war super. Das klingt total geil. Und die ganzen Sachen kann man sich ja runterladen bei Death from Above Wargaming. Und der Sebastian, mit dem wir ja auch die Battletech-Folge gemacht haben, der ist ja auch ganz, ganz wild dabei, das Battletech Destiny quasi ja auch dann in Deutschland zu vertreiben. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann nochmal, dass wir uns nochmal treffen. Weil interessieren würde mich der ganze Kram auch. Weil es klingt einfach zu geil, um es immer nicht gespielt zu haben. Wir werden ja auch noch auf jeden Fall darauf zurückkommen. Das ist halt eine Sache, die ich ja unter anderem mit der MacForce geklärt habe, dass die MacForce gerne bereit ist, mit uns eine ganze Reihe von Folgen zu Battletech zu machen. Und da wird Battletech Destiny sicherlich auch nochmal Schwerpunkt werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Also Battletech lässt euch und uns natürlich auch nicht los. Und von daher werden wir dem Ganzen noch natürlich dann dem passenden Raum auch dann bieten und die Bühne dafür bieten, dass Battletech einfach momentan, wie es ist, weiter auf die Leiter nach oben klettert. Und wir sehen das ja auch bei uns auf dem Discord-Server, mit wie viel Hingabe und wie viel Liebe die Leute einfach ihre Mechs präsentieren über dies und das einfach klönen und so. Und das macht einfach Spaß, mir zuzusehen. Ja, vor allem ist es ja auch wirklich präsent im Moment, das Spiel in der Szene. Ich weiß gar nicht, Pini, wie war das? Ich war nicht zu erinnern, dass ich gelesen hatte, dass das Catalyst, ich glaube, sieben Millionen Battletech-Figuren verkauft hat? Äh, neun, glaube ich. Waren das neun? Neun sogar? Ich glaube, neun Millionen Battletech-Figuren, also Battle-Mechs. Ja, schon Wahnsinn, ne? Muss man, also wenn man die sich mal einfach mal vorstellt, das ist schon eine Hausnummer, ey. Army Painter bringt jetzt ja auch eine extra Farbserie für Battletech aus, ne? Ja, total geil. Ich meine, das machen die ja sowieso ganz gerne, ne? Nicht nur für Battletech, sondern das haben sie auch schon für Dungeons & Dragons gemacht oder für andere Spiele, wo sie einfach dann gesagt haben, okay, ihr kriegt da unsere Farben, wir machen ein anderes Farb-Etikett drauf und schon heißt dann das Rot nicht mehr Rot, sondern heißt dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Liao-Rot oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr witzig, ne? Also das ist schon, ich sag mal so, dem Zeitgeist jetzt entsprungen, dass das irgendwie auch zueinander findet, was zusammengehört, ne? Also einfache Farben mit einfach dann Worscht drauf und dann sollte das normalerweise dann auch klappen, gerade für die Battletechs. Perfekt. Finde ich super. Also ich denke, man kann jetzt schon mal ganz klar festhalten, dass das Battletech sozusagen mit den neuen Figuren, die seit einiger Zeit jetzt auf dem Markt sind, aber sind auf jeden Fall aus dem Stand hier, also richtig, richtig hammerstark im Markt angekommen ist und präsent ist in der Szene und so. Ja, und warte mal ab, bis der neue Kickstarter dann kommt, ne? Battletech Mercenaries. Da wird ja auch nochmal das ein oder andere Figürchen quasi den Besitzer wechseln und auch verschifft werden. Also das wird gnadenlos einschlagen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Absolut. Bin ich auch, wie du immer so schön sagst, heiß wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett ist man dabei, ne? Ja, mega geil. Aber du bist nicht der Einzige gewesen, der was vergessen hat in der letzten Folge zu unserem Jahresabschluss. Sondern ich auch. Wie war's los? Wir haben noch zwei Sprachnachrichten gekriegt, die ich aber völlig unter den Teppich gekehrt habe und ich finde sie auch nicht mehr wieder. Also zum einen hatte uns Matze nochmal vom Tablepot, liebe Grüße an der Stelle, noch eine Sprachnachricht geschickt. Die habe ich irgendwo in den Weiten meines Computers irgendwo fallen gelassen und ich finde sie nicht wieder. Und genau so hat mir, ich weiß gar nicht, wer das noch gewesen ist, hat mir auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Die habe ich auch leider vergessen. Finde ich auch leider nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Es tut mir sehr, sehr leid. Wirklich. Also da bittelt man schon um Sprachnachrichten und ihr macht euch die Mühe da draußen und schickt uns was und dann ist der PV einfach so dumm und vergisst das. Also sorry. An dieser Stelle. Ach, das ist das Gute an unserer Station. Irgendwann findet sich das alles wieder. Ja, da kommt der Reinigungsroboter und legt dann plötzlich was auf den Tisch und sagt dann, hier, das habe ich gefunden, ich weiß nicht, wo es herkommt. Kind auch. Ach ja, was soll ich dir sagen? Ja, hast du noch irgendwie was vergessen zur letzten Folge oder wollen wir uns dem Hauptthema widmen? Weder noch. Ich würde dich gerne noch fragen. Also erstmal kurzen Shoutout an Phil. Wir haben nicht nur die Sprachbeteiligung unserer Hörer vergessen und die Einladung, die wir hatten, sondern wir haben auch unseren dritten Mann vergessen. Phil hat heute Internet in Tüten und kann deshalb nicht teilnehmen. Phil, wenn du das hörst, wir denken an dich. Internet in Tüten, ja. Also er hat mir vorhin mal ein kurzes Video geschickt oder uns geschickt. Seine Fritzbox, die blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Also von daher, das ist irgendwas nicht ganz so richtig. Ja, oh je, der Arme. Naja, passiert. Ja, der muss aber mal ein halt, ne? Nicht Computerspielen, sondern mal ein geht ja auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Wenn er Licht und Strom hat, geht das alles. Ja, muss er halt sich ein bisschen. Ja, erzähl. Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt schlafenderweise. Also ich wäre am liebsten viel, viel früher ins Bett gegangen, als ich es dann doch gemacht habe. Eigentlich war mein Plan so 23 Uhr ins Bett und morgen einfach um 8 Uhr aufstehen und frühstücken und alles ist cool. Ähm, meine Frau musste ja arbeiten und mein Sohn und ich, wir haben uns dann, ich glaube, Transformers 1, 2, 3 angeguckt und meine Tochter hatte Übernachtungsbesuch. So, und von daher war das relativ sparsam bei uns heute. Also, ne? Kurz vor das neues Jahr gewünscht und dann, also ich glaube, viertel vor eins war ich im Bett. Also, total easy. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Bei uns war es auch eher unaufkriegend. Ich habe, glaube ich, um halb sieben stand ich im Garten mit dem kurzen und dann habe ich Knallerbsen an die Wand geworfen und, äh, danach gab es den auch Verwarten und was zu essen. Ich glaube, da war ich um 9 im Bett. Boah. Du Glücklicher, hätte ich es auch mal gemacht, aber. Also, ja, weiß nicht. Also, Silvester muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist für mich der Feiertag, der total über ist. Hey, wie bin ich da aus dem Alter raus? Also, früher war es auch echt grob. Da hatte ich, wenn ich dann bei mir Silvester gefeiert hatte mit einer Party und so, da musste ich, also kein Witz, das war 2006. Da musste ich im Treppenhaus mit der Schaufel den Müll rausschaufeln am nächsten Tag, weil die Leute im Treppenhaus geböllert hatten und Bierfleisch auf den Boden geschmissen hatten. Meine Nachbarn waren völlig erzürnt und haben mit mir jahrelang nicht mehr gesprochen. Aber die Zeiten sind vorbei irgendwie. Ja, weiß nicht. Also, wie kann man das feiern, dass plötzlich ein Datumswechsel stattfindet? Hatte für mich eben so ein bisschen was von Alice im Wunderland und wir feiern heute nicht Geburtstag. Das ist auch wahr. Also, da könntest du ja auch sagen, wo wir so, okay, jetzt haben wir heute, was ich, wir nehmen heute am 14. Und auf, morgen ist der 15. Komm, Hocke, wir machen heute Abend Silvester. Gut. Hat die Polizei was gegen? Ist eine andere Geschichte, aber das lassen wir einfach mal so. Ja. Hast du deine Vorsätze eigentlich eingehalten? So, dieses Jahr vielleicht keine neue Püppis kaufen oder so? Wenn ich hier auf mein Office-Board gucke, so sehe ich 13 Paulie-Punkte. Das sind alles Punkte, die ich dadurch bekommen habe, dass ich Org-Gelände gebaut habe und bei Neuerwerb steht eine Gelände 0. Bisher habe ich nichts gekauft. Okay, guck mal. Ich habe nämlich auch geguckt, ich habe keine neuen Minis gekauft, ich habe nur Gelände gekauft und ich habe etwas Rollenspielmäßiges gekauft. Also von daher bin ich relativ zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine neuen Minis gekauft. Ich klopfe mir gerade selber so ein bisschen auf die Schulter. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Mal gucken, wie lange das noch anhält. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich ehrlich gesagt, ich brauche nichts. Also ich habe keine Mini, wo ich jetzt wirklich sagen muss, boah, die brauche ich jetzt ganz, 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 ganz dringend. Von daher lassen wir das mal so stehen. Das ist leider bei mir anders. Irgendwie. Einer unserer Hörer aus der WhatsApp-Gruppe hat bei YouTube ein Video über sein napoleonisches System gepostet. Ich kriege den Namen jetzt nicht genau zusammen. Darauf komme ich später oder in einer späteren Podcast-Folge nochmal zurück jedenfalls. Und das Regelsystem erinnere ich jetzt nicht, aber es sind die Figuren von Epic Black Powder, also Black Powder Epic Battles. Und weil mich das die ganze Zeit schon interessiert, die napoleonischen Kriege, habe ich einfach mal bei Fantasy-Welt auf der Internetseite geguckt und musste feststellen, alter Schwede, die Preußen sind ja herausgekommen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und seitdem drehe ich hier langsam, aber sicher durch. Ich muss was von diesem napoleonischen Epic Battles-Zeug kaufen in 15 Millimeter Maßstab oder 13,5 Millimeter Maßstab. Aber ich weiß noch nicht was. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die Preußen oder die Franzosen kaufe. Und ich habe jetzt alles, alles, das ganze Internet leer geguckt, was es zum napoleonischen Wargaming gibt und bin total motiviert. Von daher werde ich mehrere hundert Figuren in den nächsten Wochen kaufen, aber ich weiß noch nicht welche. Da muss ich jetzt durch. Ich hätte mir damals geschworen, dass ich das mache, sobald die Preußen draußen sind. Aber das ist jetzt halt so. Wenn du eine Fable für hast oder so, dann kannst du das natürlich auch machen. Und ich glaube, die sind auch relativ zügig dann angemalt. Also ich hätte dir, habe ich ja schon mal gesagt, ich hätte dir noch 28 Millimeter Preußen anbieten können. Hier, die habe ich noch. Aber die passen ja nicht in den Maßstab rein. Ja, darüber habe ich auch ernsthaft noch mal nachgedacht. Aber das ist, das sprengt meine Kapazitäten einfach. Also damit werde ich ja nie fertig. Nee, also das klingt erstmal gar nicht so viel. So was ich so 150 preußische Infanterie anmalen oder so. Wenn man die dann so auf dem Tisch sieht oder in der Box sieht und denkt sich vor dem Weg so, oh, was für ein Fick, was hast du dir da quasi angetan? Was willst du da eigentlich mit? Hochachtung an jeden da draußen, der sich solche Armeen dann hinstellt und die dann auch bemalt, ey. So, also Martin Feller, Shoutout an Hugh. Ähm, abgefahren. Aber darauf komme ich auch noch mal bei Zeiten zurück, wenn es denn wirklich soweit ausgegoren ist halt. Ja, wollte ich gerade sagen. Als nächstes Termin steht ja erstmal dran, dass wir uns dann treffen und ein bisschen, ähm, Open, äh, Game Rules, wollte ich gerade sagen. Da sind wir auch schon fast wieder beim Thema. Eigentlich treffen wir uns ja nächste Woche und ein bisschen One-Page-Rolls zu spielen und da bin ich auch schon gespannt wie Flitzerbogen. Ich habe meine Thousand Suns soweit fast fertig. Ähm, also sind zumindest schon mal spielbereit, aber ich werde sie trotzdem weiterhin bemalen und, äh, da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Ja, das wird, ähm, das wird auch ziemlich cool werden, das Spielen. Ähm, Piwi mit Thousand Suns gegen Mattis vom Tablebot, Spiekus Todes und, ähm, das Szenario heißt Repatrian. Äh. Wir wollen mal gucken, was da auf euch beide zukommt. Ich bin verdammt gespannt, ey. Ich habe eine genaue Liste gemacht, also 1500 Punkte stehen. Ähm, das habe ich auch als Minis zur Verfügung. Und von daher, ich warte mal ab von wegen so, was mich denn da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Das wird das erste große Spiel Age of, ähm, ähm, Dingsbums hier, was ich dann halt spielen werde. Und ich bin gespannt, wie sich's spielt. Also quasi den One-Page-Rolls 40.000 Ableger. Von daher, warten wir mal ab. Machen wir mal gucken. Ich bin auch gespannt, wie Fletze boogen. Ja, okay. Mega gut, mega gut. Du willst ja noch irgendwie eine Geschichte schreiben oder zumindest so einen kleinen, so einen kleinen Aufhänger, ähm, weswegen wir uns da prügeln. Und von daher... Genau, genau. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Aber, äh, das, äh, werdet ihr alles dann halt, äh, lesen können auf den, äh, Social-Media-Kanälen. Also, so, dann habe ich die Geschichte schon. Ich muss sie nur noch durch den Arm aufs Papier bringen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Okay, wollen wir zum Hauptthema rüber? Ja, Fibi, legen wir mal los mit unserem Hauptthema. Hier, äh, was, was da gerade bei, äh, Dungeons & Dragons abgeht. Und ich, ich schlage mal folgendes vor. Ähm, es gibt ja im Prinzip wie Sand am Meer, äh, zurzeit Beiträge im Internet, äh, zur Open-Game-License und so weiter und so fort. Und das wird ja von allen Leuten aus allen möglichen Warten beleuchtet. Äh, äh. Ich schlage mal vor, dass, dass wir das auch machen. Aber wir machen das auf unsere eigene Art. Und, ähm, dass wir uns auch bald darum bemühen, einfach, einfach mal die Hintergründe dessen, äh, zu erarbeiten, worum es eigentlich geht, um einen Gesamtüberblick zu haben. Äh, denn an der Sache ist aus meiner Sicht sehr viel mehr dran, als man so überhaupt denkt. Und, ähm, da schlage ich vor, ich erzähl erst mal kurz die Vorgeschichte, die Spieler und ihr Spielfeld. Und danach kommen wir dann selbst zur Open-Game-License, wie sich das dort eigentlich einfügt. So machen wir das. Alles klar, okay. Also, das, das erste, was ich sagen muss, bei der Recherche zu diesem ganzen Thema, ist mir klar geworden, dass wir alleine, alleine, äh, Gary Gygax und Dungeons & Dragons und die Geschichte von Dungeons & Dragons auch noch einen guten Dreiteiler machen können, wie damals bei, ähm, Games Workshop. Da ist ja so viel, so viel Geschichte und Fleisch dran. Da gibt's ja solche Dönigens zu, das ist ja unglaublich halt, ne? Ja, das stimmt. Aber wir gehen das Ganze mal, als wollte er etwas, ein Parfumsritt durch. Und zwar, wir sind Anfang der 1970er Jahre und Gary Gygax und sein Kurbel Dave Addison schreiben zusammen Dungeons & Dragons. Und da wollen sie das Spiel vertreiben. Also, sie finden dabei niemanden, der das für sie vertreibt und, äh, veröffentlicht. Und 1973 gründen die beiden dann ihre eigene Firma und das ist Tactical Studies Rules, abgekürzt TSR & Company. Und ein Jahr später, 1974, veröffentlicht TSR dann Dungeons & Dragons. Aha. Ein Jahr später wieder, äh, firmiert, firmiert TSR um. Also sprich, die, die Firma gibt sich in anderen Namen. Und aus TSR wird TSR, also TSR, TSR Hobbys. 1977 passiert dann das, was man so als, als doppelte Speerspitze letztendlich von Dungeons & Dragons lange Zeit kennt. Nämlich, Dungeons & Dragons wird geteilt in Dungeons & Dragons, in Anführungsstrichen Basic und Advanced Dungeons & Dragons. Und das bleibt auch fast 20 Jahre lang so. Nicht nur 20, es bleibt sogar über 20 Jahre lang. Wobei die, die Grundregeln in Dungeons & Dragons sind und Advanced Dungeons & Dragons sozusagen mit den fortgeschrittenen Regeln, die teilweise aber auch anders sind als die Dungeons & Dragons-Regeln. Sie wetten sich einfach an ein anderes Publikum und das Basic Ruleset sozusagen soll den Einstieg nach Möglichkeit sehr leicht machen. Ja. 1981 wird das Grundregelset von in Anführungsstrichen Basic Dungeons & Dragons überarbeitet. Und es geht weiter. TSR hat aber nicht nur Dungeons & Dragons im Portfolio. Die haben auch eine Menge anderer Spiele. Und das müssen wir uns jetzt merken. Das wird noch sehr wichtig werden. 1982 veröffentlicht TSR das Spiel Star Frontiers. Das ist eine auf dem D20-System basierende Space Opera und wird wie eine Vielzahl anderer Spiele von TSR halt vertrieben. 1989 kommt Advanced Dungeons & Dragons zweite Edition heraus. Ach, war schön hier zu sehen, wie lange die Edition halten. Ja, Wahnsinn. Nicht wie bei Games Workshop, alle zwei Jahre, sondern echt zehn Jahre und zwölf Jahre teilweise. Zur gleichen Zeit an der anderen Küste der USA, 1990. Da wird nämlich Worcester's Off the Coast gegründet. Auch ein Spieler, der hier noch später ins Boot kommen wird. Und in den 90er Jahren zieht dann TSR und sein Ding mit Dungeons & Dragons durch und Advanced Dungeons & Dragons. Und das Unternehmen hat teilweise 1995 zum Beispiel einen Verkauf oder einen Verkaufserlös, muss man wohl rechterweise Umsatz nennen, verkauft Produkte in Werte von 40 Millionen Dollar. Ah, Alter, Alter. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Ja. Das ändert aber nichts daran, dass TSR 1996 in eine schwere Geschäftskrise kommt. Die haben also komplett Missmanagement betrieben und wäre 1995 noch für 40 Millionen Dollar Waren verkauft worden, so schafft es TSR Ende 1996 einen Schuldenberg von 30 Millionen Dollar anzuhaufen. Alter, Falter. Und ihnen droht die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit, weil sie also wirklich keine liquiden Geldmittel mehr haben. Also, TSR als rechter Inhaber von Dungeons & Dragons und als vertreibendes Unternehmen ist im Prinzip und steht wirklich unmittelbar vor der Insolvenz. Jetzt kommt Wizards of the Coast, also Wotzi 1997 und kauft TSR. Das läuft so, dass im Prinzip das Unternehmen TSR bei Wizards of the Coast integriert wird, also die Mitarbeiter werden zum Teil übernommen. Die Produkte von TSR, also sprich auch Dungeons & Dragons, werden weiterhin unter der Marke TSR verkauft. Also das heißt, von außen betrachtet ändert sich eigentlich wenig. Es ist halt nur so, dass die Firma TSR selbst liquidiert wird, also sprich, sie wird aufgelöst. 1999 kauft Hasbro wiederum Wizards of the Coast. Einer der größten Spieleentwickler und Vertreiber auf diesem Planet. Genau. Und im Jahre 2000 bringt Wizards of the Coast die dritte Edition zu Dungeons & Dragons raus. Und jetzt ist es allerdings so, dass Dungeons & Dragons nicht mehr unter der Marke TSR vertrieben wird, sondern direkt unter der Marke Wizards of the Coast. Zugleich wird von Wizards of the Coast eine sogenannte Open Gaming License veröffentlicht, die es im Prinzip ja Drittparteien ermöglicht, Ergänzungen für Dungeons & Dragons zu schreiben. Genau. Fanfiction im Prinzip, wenn du so willst, Fan-Erweiterung. Genau. Ja. Kompatibel, kompatiblen Inhalt und auf die Einzelheiten kommen wir vielleicht noch später zurück, aber auf jeden Fall ab dem Moment ist sozusagen Dungeons & Dragons halt eröffnet für dritte Personen, sich daran zu beteiligen, welcher Form auch immer. Was vorher lange, lange Zeit nicht so nicht war, denn auch TSR hat damals sehr, sehr mit einem Argus-Auge über seine Intellectual Property halt gewacht. und Wolves of the Coast hat tatsächlich dann sozusagen die, ich sag mal, die Schrotten geöffnet. Und das war ja auch nicht aus Goodwill oder weil die Menschen bei Wolves of the Coast einfach Altruisten sind, sondern es lag natürlich daran, dass man vorhatte, dadurch, dass das System geöffnet wurde, Open D&D, die Marktmacht zu erweitern, die Reichweite halt. Und es quasi sozusagen als das Standard Werk bei Panel Paper halt zu etablieren. Und das hat auch funktioniert, muss man ganz klar so sagen. Dungeons & Dragons, seit 2000 läuft das dann wirklich unter Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons gibt es so in dem Sinne nicht mehr, Basic Dungeons & Dragons auch nicht mehr. Aus beiden Systemen wurde dann Dungeons & Dragons dritte Edition geboren. Okay, alles ist cool. Bis im Jahre 2004 die eingetragene Marke für TSR nicht erneuert wird. Diese Marke erlischt. Zumindest als eingetragene Marke. Das wird nochmal große Folgen haben. Im Jahre 2008 veröffentlicht Users of the Coast, dann Dungeons & Dragons vierte Edition und 2011 kommt Jason Elliott vom Roll4 Initiative Podcast. Wie Kai aus der Kiste. Pivi, kennst du Jason Elliott über den Initiative Podcast? Nee, überhaupt nicht. Das sagt mir gar nichts. Mir sagt das ehrlich gesagt auch nichts, aber das scheint in den USA eine große Nummer zu sein. Ich werde das mal nachher irgendwie mal Podcast klein, mal gucken, ob ich das finde. Jedenfalls Jason Elliott ist nicht doof, sondern der stellt fest, dass das TSR Trademarkt beziehungsweise die Marke erloschen ist. Also erloschen ist das falsche Wort, dass die Eintragung nicht mehr besteht. Und dann geht er los mit dem Sohn von Gary Geigex, nämlich mit einem der Sohn von Gary Geigex, nämlich mit Ernie Geigex und die lassen TSR als Marke eintragen. Und damit gibt es TSR Games wieder. Luke und Ernie Geigex sind mit an Bord und sie veröffentlicht dann das Geigex Magazine, das bis 2016 verkauft wird. Boah, so lange? Okay. Ja. 2014 wird die fünfte Edition von Wizards of the Coast von Dungeons & Dragons, also von Wizards of the Coast veröffentlicht, die fünfte Edition zu Dungeons & Dragons 2014 zur 40. Jubiläum halt. Genau. Und 2016 sagte ich ja eben, wird dann an anderer Stelle bei TSR, die da so vor sich langsam, so ruhig vor sich hingemuckelt haben, in Erinnerung an Gary Geigex sozusagen, stellen halt ihren Geschäftsbetrieb ein, zumindest mit dem Geigex Magazine. Es kommt noch ein weiterer Spieler ins Boot. Jetzt wird das langsam unübersichtlich, darum müssen wir das halt irgendwie im Auge breiten. 2017. Curse LLC veröffentlicht D&D Beyond. Nun muss man sich wieder vorstellen, Curse gehörte damals zu Twitch. Das heißt, da hat nicht irgendjemand mal D&D Beyond kreiert, sondern letztendlich Twitch, die wiederum zu Amazon gehören. So sieht's aus. Das wusste ich gar nicht, dass der da irgendwie Anteile mit dabei hatte, also sprich Amazon jetzt, ne? Ja, das ist irre, das ist irre, wenn da alles so gut ist und jetzt, jetzt geht das wirklich los und jetzt wird die ganze Geschichte auch langsam abstrus. im Jahre 2020. Wir erinnern uns, Elliot, Jason Elliot, hat die nicht mehr eingetragene Marke TSA wiederbelebt, indem er sie auf Sicherheit eintragen lassen. 2020 versäumt er aber seinerseits, diese Marke zu erneuern. Das heißt, wir haben jetzt ein TSA Games Unternehmen, das eine nicht mehr eingetragene Marke führt, von einer Firma, nämlich die diese Marke auch nicht mehr haben eintragen lassen. Und dann kommt der dritte und zwemmlich Justin La Nase an. Wenn du eine rausgefunden hast, Alter, das ist ja... Ja, das ist irre und das nimmt hier noch Züge an, das hältst du nicht für möglich. Deswegen bin ich so still, ich lausche dir jetzt total, ich versuche es in meinem Kopf gerade klar zu kriegen, ich mache mir gerade so eine Mindmap. Justin La Nase kommt jetzt an im Verbund mit Ernie Gygax. der mittlerweile bei TSA ausgeschieden ist und die lassen sich jetzt auf sich selbst die Marke TSA wiederum eintragen. Das heißt, TSA ursprünglich bei Rosers of the Coast wird dort nicht weiter eingetragen. TSA 1 aus 2011 hat das auch nicht mehr bei sich drin und La Nase und Gygax tragen das jetzt auf die zweite Firma ein. Und damit nicht genug, sie kündigen an, das 1982 erschienene Spiel Star Frontiers neu aufzulegen. Und dann kommt der 21, der 23. der nächste 2021 und er zieht Ernie Gygax nämlich los und macht bei dem Live from the Bunker YouTube-Kanal ein Interview, in dem er sich abwertend über die Geschlechtervielfalt geäußert haben soll. Ich selbst konnte dieses Video nicht anschauen heute, weil es nur Mitglied des Kanals vorbei ist, darum kann ich das nicht mit Sicherheit wiedergeben, ob dieser Vorwurf stimmt oder nicht. Ich habe nur zum Beispiel bei Dicebreaker Publishing gelesen, dass er dort gesagt haben soll, zum Beispiel being old-fashioned possibly having anti-modern trends and enforcing or even having the concept of gender identity. Was er gesagt hat und damit letztendlich die Geschlechtervielfalt abgewertet hat. Ja, genau. Es gab dementsprechend natürlich dann auch Kritik aus der Community, was dazu führte, dass die erste Firma TSR Games sich sofort umbenannt hat in Solarian Games, um sich davon zu distanzieren, um nicht mit Early Gygax verwechselt zu werden. Also mit dieser anderen Firma. Okay, ja, geil. Die erste TSR ist jetzt raus, jetzt haben wir halt noch die Firma von Nanasa und Early Gygax TSR. Die muckeln da jetzt vor sich hin und wollen halt ein altes Spiel neu auflegen. Wohlgemerkt, die Rechte für dieses Spiel liegen bei Rosers auf dem Coast. Eigentlich. Eigentlich, ja, aber das stört heutzutage Firmen mir auch nicht. Also das ist ja, ne, so. Solange keiner klagt, ist ja auch erstmal egal. Genau, und offenbar gibt es nichts, was es nicht gibt. Jedenfalls kommt dann September 21, da kommt dann Rosers auf dem Coast und sagt halt, wir werden zum Jahr 2024 die 50. Jubiläumsedition herausbringen und die wird halt sehr viel online, sehr viel digital lastiger werden. Mehr sagt man aber noch nicht, ne, aber man kündet das halt schon mal an. Hä? Und jetzt geht der ganze Punk richtig ab. im September fängt Lanazas TSA, also Lanazas und Gajax fangen an unter der Firma TSA Hobbys, also im Prinzip exakt der gleiche Name, der damals der Firma seines Vaters, aus den 70er Jahren, unter der Firma TSA Hobbys fangen die an, eine Crowdfunding-Aktion, um einen Rechtsstreit gegen Wizards of the Coast zu finanzieren. Was? Sie wollen, ja, ganz genau, diese zwei Fragels mit ihrer Firma sind jetzt bei Indiegogo und behaupten, dass ihr Unternehmen von Wizards of the Coast gebullied wird, dass sie im Übel mitgespielt wird und sie wollen jetzt vor einem US-Bundesgericht verbindlich klären lassen, wer die Rechte an TSA und insbesondere an dem Spiel Star Frontier haben. Stand heute, am 14.01.2023, kann man bei Indiegogo erkennen, dass es insgesamt 124 Bäcker gefunden haben, die diese Aktion, die dieses Unterfangen unterstützten und die haben tatsächlich 5.268 Euro zusammengetragen. Okay, das heißt also, du kannst zumindest die Flüge für die Anwälte bezahlen, das ist auch schon mal gut. Genau. Und La NASA und Dirty Gagex kennen da nix. Am 7. Dezember 2021 haben sie da tatsächlich vor dem US-Bundesgericht in North Carolina Klage, 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 wo ist das auf der Coast eingereicht? Ach du Scheiße. Verblüffenderweise ist am 9. Dezember, was das alles mit der Open Game License zu tun hat, darauf kommen wir ganz am Ende, aber man muss sich dieses ganze Kram mal überlegen, damit man das dann versteht. Am 9. Dezember wurde die Klage allerdings wieder zurückgenommen. Ich habe keine Erklärung dafür. Aus meiner professionellen Sicht würde ich sagen, dass das danach riecht, dass die vielleicht eine Klage vom unzuständigen Gericht erhoben haben. Ach so. Aber ich weiß es nicht. Also sonst wüsste ich nicht, warum man am 7. klagt und am 9. die Sache wieder zurückzieht, denn die Klage kann ja nur noch nicht mal beim Beklagten angekommen sein. Da muss irgendwas geschehen sein, dass das Gericht irgendwas gesagt hat, vielleicht, dass sie die Gerichtskosten nicht bezahlen konnten, ich weiß es nicht. Aber irgendwas komisches da passiert. Ja, verständlich. Wotzi fand das Ganze überhaupt nicht witzig. und quasi der Juggernaut schlägt zurück. Wo ist das Off the Coast? Off the Coast erhebt jetzt seinerseits Klage gegen TSA wegen Markenrechtsverletzungen und die geben zwar zu, dass sie es damals unterlassen haben, diese Marken erneut eintragen zu lassen, aber so ist das Off the Coast, man habe die Marken ununterbrochen genutzt und also von TSA und Star Frontier und deshalb sei es eine nicht registrierte Marke, die ihnen zustehen würde und TSA würde halt jetzt sozusagen dadurch, dass sie sich dieser Marken berühmt in die Gerechte von Russers Off the Coast eingreifen. Mal eben so zwischengefragt, ist das denn, wenn ich jetzt überlege, die haben die Markennamensrechte sage ich jetzt mal oder Markenrechte für hier Star-Dingsbums da haben die nicht gehabt, wollen dann aber gleichzeitig erklären, dass die ja diese Marken genutzt haben und deswegen ein Anrecht darauf haben. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, also man kann eine Marke, man kann die ja eintragen lassen in das entsprechende Register, dann ist sie geschützt. Richtig. Dann kriegt sich das, was man so kennt, so ein R im Kreis oben ran. Kennt ihr mal so, ich bin da keine Ahnung hier, Fringles oder so, dass da irgendwie so ein R oben dran ist. Bei Coca-Cola, ich gucke mal hier direkt, genau, bei Coca-Cola ist unten so ein R im Kreis, das ist eine eingetragene Handelsmarke. Ja, So, du kannst natürlich so eine Marke trotzdem haben, auch wenn du sie nicht einträgst, dann ist es sozusagen, ist sie nicht registriert, das ist eine unregistrierte Marke und es ist dann schwieriger zu schützen, aber du hast dieses bürokratische Verfahren nicht. Und was TSR gemacht hat, die sind zum Markenamt gegangen und haben halt gesagt, tragt das bitte mal auf unseren Namen ein, die gehört uns, weil die ja nicht von einem anderen eingetragen waren. Klar, die lag da quasi so rum. Genau, die berühmt sich dessen, dass ihnen die Marke gehört und haben sie eintragen lassen. Und Wizard of the Coast sagt jetzt halt, euch brennt wohl der Helm, nur weil wir unsere Marke nicht haben eintragen lassen, könnt ihr noch lange nicht losziehen und die auf euren Namen eintragen lassen. Das heißt, unsere nicht registrierte Marke habt ihr bitte in Ruhe zu lassen und bitte hier diese Urheberrechtsverletzung bitte im Markenregister lösch. Darum geht's. Ja, okay. Okay. Ist das abgefahren. Während die noch mit diesem Rechtsstreit, dieser Rechtsstreit ist auch noch nicht zu Ende, dieser Rechts, also bis heute nicht zu Ende, also der ist noch nicht entschieden. Während die da mit diesem Gedöns beschäftigt sind, ist es 2022 erstmal so, dass Hasbro im Mai sagt, wir kaufen D&D Beyond auf. Vivi, hast du eine Ahnung, was damals gezahlt wurde für D&D Beyond? Boah. Da hatten die schon aber Zugriff drauf auf die gesamten Sachen von Wizards, also sprich Regelbücher, Namen, Artwork und was weiß ich nicht was, ne? Äh. Ich bin so was schlecht im Ratten, aber ich sag jetzt mal irgendwie keine Ahnung, 12 Millionen Dollar. Hätte ich auch gedacht, so ungefähr in der Höhe. Kaufpreis bei 146,3 Millionen. 146 Mille? Genau, wir sprechen hier über ein Unternehmen, dass man sich, also insgesamt bei Dungeons & Dragons sprechen wir über Jahresumsätze von fast 600 Millionen Euro. Das ist irre. 600 Millionen Euro, Dollar. Genau. Ist ja fast Euro. Alter Schwede. Wahnsinn. Echt. Und die haben, gerade durch die Corona-Pandemie, hat D&D Beyond so viele Kunden herangezogen, das kann sich keiner nicht vorstellen. Die sind wie die Irren, die sind aus allen Nähten geplatzt halt. Daher 146,3 Millionen Dollar Kaufpreis für Hasbro. Na gut, überleg mal, D&D 5. Edition ist eine der einsteigerfreundlichsten und spielbarsten Editionen überhaupt. Dann kam ja D&D 3, dann kam ja irgendwie D&D 3,5 und dann irgendwie AD&D und so weiter. Das war ja alles ein bisschen, sagen wir, auch mit vielen Tabellen und so weiter und so fort. Aber D&D 5 war und ist ja einfach eine, ein, ein, ein sehr zugängliches System und sehr viel zugänglicher als mittlerweile viele andere Systeme. Auf jeden Fall. Also ist echt, ist ein super System, kann man gar nicht anders sagen halt. So, es geht weiter. Und zwar Hasbro kauft, ne? Kauft D&D Beyond. Was ja auch dann im Prinzip, also die D&D wird halt bei Wizards of the Coast angegliedert. Was ja dann auch in Übereinstimmung steht mit den Plänen aus dem Vorjahr, dass man zu 2024 halt das Ganze auf ein neues Pferd setzen will, halt neu aufzäumen und digital lastiger machen. Ja, genau. Okay. Was ich ja abgefahren finde, ist ja einfach, du hast eine Firma, die kommt eigentlich von Amazon, und ist über Umwege quasi, hat eine andere Firma, ich sag jetzt mal ein Subunternehmer von Amazon, nennen wir ihn Twitch, hat eine andere Firma gebaut, die dann dieses D&D Beyond ja gemacht haben. Das heißt also, die bedienen sich ja dem ganzen Kram, der ja von Wizards of the Coast gemacht wurde und die stellen ja nur die Technologie zur Verfügung, um das alles miteinander zu vernetzen und es quasi digital aufzubereiten. Genau. Das heißt also, D&D Beyond hat ja, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich keine neuen Inhalte produziert, sondern sie haben ja immer nur das genommen, was gerade verfügbar war und haben das digital umgeswitcht, damit Leute auf ihrer Plattform es nutzen konnten. Wenn man das übertrieben darstellen möchte, dann hat D&D Beyond Pen und Paper für das Spiel geliefert, nur in Computerform, aber nicht das Spiel. Richtig, genau. Und dann dafür, um diese Möglichkeit dann einfach nur zu haben, dass man digital Würfel werfen kann und so oder auf einer digitalen Map dann Blips durch die Gegend zu schieben. 146 Millezahlen? Hm. Irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben, glaube ich. Ich auch. Auf jeden Fall. Also, bei Rewards of the Coast, alles ist gut. Da ist zwar dieses kleine Unternehmen, TSA, das so ein bisschen rumderft mit Star Frontiers und so, aber ansonsten auf dem Weg zu One D&D. Heißt doch nicht One D&D, aber im Prinzip auf dem Weg, dass du sind. Und man kauft sozusagen das Porzelladen zusammen, das man dann für die Feier braucht. So. Währenddessen liefen im Hintergrund für Star Frontiers The New Genesis die Spiele-Test. Und zwar unter der Leitung von TSA, ne? Hm. So. Und dann im Juli berichtet der Tech Raptor über Star Frontiers New Genesis, dass es ein ein Leak gegeben hat zu dem Inhalt des Spiels und dieser Inhalt wird als ausstehend rassistisch beschrieben und im Zusammenhang mit Nazi-Eugenik stehend. Der Content sei homophob, transphob, antisemitisch und in jeglicher andere Art und Weise auch diskriminiert. Und Tech Raptor macht dabei, also das wird natürlich alles mit Material unterlegt, ne? Hm, klar. Und es wird auf einen Blog verwiesen. Dieser Blog heißt No Hate in Gaming. Also wenn man das eingibt, No Hate in Gaming, findest du den auch sofort. Das ist glaube ich No Hate in Gaming com. Und auf dieser Seite wird dokumentiert, was eigentlich die Autoren sonst so im Internet abgeben. Und zwar, nun kommen wir mal zu Nanasa, das ist ja der TSA-Inhaber. Der ist ein Editor für Star Frontiers New Genesis. und sein Kumpel heißt Dave Johnson. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was in diesem Legal Werk drinsteht. So spricht Star Frontier New Genesis zum Beispiel bei der Charaktererschaffung davon, dass man die Möglichkeit hat, wortwörtlich einen Angehörigen aus einer Negro-Rasse zu nehmen, der dadurch gekennzeichnet sei, braune, dunkle Haut zu haben, breite Gesichtszüge und stark. Die Intelligenz so eines Angehörigen dieser Rasse ist, bei neun gekappt. Also es geht bis neun. Alter. Demgegenüber haben halt die Angehörigen der weißen Rasse mindestens eine Intelligenz von 13 und sind generell besser. In den Spielregeln heißt es, dass in dem Spiel genauso wie im echten Leben halt die Rassen unterschiedlich sind und verschiedene Stärken haben. und die eine Rasse sei halt wertvoller als die andere. Das hältst du nicht aus. Sag mal, haben die irgendwie, keine Ahnung, Dr. Mengele's Buch von 43 wiedergefunden gehabt und so weiter? Eugenik und was weiß ich nicht. Also, es ist, als ich das so nicht genießen habe, es war unfassbar. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es jemanden gibt, der ein Rollenspielbuch so schreibt, um tatsächlich Rassenlehre und Rassenhass zu spüren. Das ist unfassbar. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Kann man alles bei der entsprechenden Internetseite halt nachlesen, halt bei TechRaptor einfach mal TSR eingeben und Star Frontiers bringen. Das ist, weißt du, das ist so unangenehm zu hören, auch wenn du es nur vorliest, weißt du? Ja. Da sitzen Leute, alte, weiße, ekelige, fette Männer, und die hauen so was raus und das auch noch im Jahr 2022, 2021, also jetzt in einer modernen Welt. Das ist unfassbar. Dann gibt es bei der Geschlechtswahl für die Charaktere bei Star Frontiers Lügenesis, bei der Geschlechtswahl, ich lese das mal vor, Gender Options are male, female, no Bonusses, no trans. Daneben steht dann, should we make trans type race, maybe trans bots, und so geht das in einer Form weiter. Ja, ganz toll. Also es ist wirklich Laternenfall ganz unten, dann wird eine andere, eine andere Rasse wird so geschrieben, dass man eine große Nase nehmen kann, schwarze Haare und den Lippen, und dass das wohl lustig sei, es heißt, und bei der Charakterschaffung wohl zu Belustigung führen würde, also sprich Antisemitismus. Irre. halt, und das wird halt, wie gesagt, Justin Lanasa zugeschrieben und Dave Johnson. Und jetzt geht das weiter mit Dave Johnson. Dave Johnson soll halt bei diesem Playtest und auf dem Discord-Server für TSR verantwortlich gehandelt haben. Und da gibt es auf diesem, von mir eben auch angesprachene, No Hate in Gaming Blog, ne? Ja. ist wirklich minutiös dargestellt, was der sonst gepostet hat oder gepostet haben soll, so formulier es mal. Hä? Und das hältst du, das hältst du nicht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Also es fängt mit Hakenkreuzen an, Hitler-Smileys, dann eine Luft-Luft-Bild-Aufnahme eines Gartens, drüber steht, when you get the garden just right, und das ist ein Hakenkreuz, also eine Hecke in Hakenkreuzform, dann gibt es, ja, ey. Ist das eklig? Ich kann das, kann das gar nicht, gar nicht beschreiben, das ist, das ist unfassbar. Das ist super eklig. Zum Beispiel eine Seite, da steht drauf, Daddy, man sieht eine Familie aus den 50er Jahren im Auto sitzen, ne? Und da drüber steht, Daddy killed a homosexual on the highway rest area und alle sind glücklich und grinsen. Gruselig. Wie hast du gesagt? No Hate? No Hate in Gaming. Es ist, es ist im Prinzip gegen alles, also wirklich gegen alles. Das nimmt es immer so absurde Züge an, dass Menschen, die nicht berufstätig sind, das Recht abgesprochen wird, an der Dialyse teilzunehmen. Also es ist wirklich gegen alles und jeden. Das ist also, wenn jemand mal irgendwie Hate Speech von sich gegeben haben soll, dann würde der Typ auf jeden Fall dafür in Frage kommen. Also es ist, es ist unfassbar. Es ist, also obwohl ich einiges gewohnt bin, muss ich sagen, finde ich das hier echt wirklich richtig, richtig, richtig super scheiße. Also ich könnte kotzen, ehrlich gesagt halt. Und es ist wirklich gegen alles und jeden. Das ist absolute eklige Scheiße, was man hier sieht. Und die Leute wollen halt ein Spiel rausbringen mit diesem Inhalt, von dem sie Wozelsbrot so groß abstreiten, das ist deren IPS. Und die mit dem vor Gericht streiten. Ja. Wozzi hat das natürlich mitbekommen. Am 8. September hatte Wozzi beim Bundesgericht in Seattle den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen TSA beantragt, um die vorläufige Weiterverbreitung von Star Frontiers New Genesis zu verhindern. Der Inhalt des Spieles werde mit Wozzi als Markeninhaber in Verbindung gebracht und würde Wozzi offensichtlich schaden. Ja, damit haben sie wohl recht halt. Okay, das kann ich nachvollziehen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja klar, wenn du so ein Ding dann rausbringst und du siehst von wegen so, was das alles für Wellen schlägt, dass das deine Firma quasi, ja, ich sag mal, in Abgrund ziehen kann, dass ich dagegen geklagt hätte. Ja, hätte ich auch. Ich frage mich bei solchen Sachen, Hauke, ganz ehrlich, da gibt es Leute draußen, die unterstützen das und es gibt Leute da draußen, die wollen das also spielen. Ich bin gerade total erschüttert. Das ist, ähm, das ist, das ist, das ist genau die, diesen, diesen Sumpf der, 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 der Spiele Ecke, wo ich niemals hingehen möchte. Auf jeden Fall. Und, äh, es ist, es ist einfach unfassbar. Ich hätte, ich hätte mir sowas nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die sowas machen. Also, für mich ist Pen & Paper Rollspiel einfach etwas, etwas ganz Friedliches. Meine Güte, da, da kann man ja dann sich über irgendwas streiten, aber das, dass man so einen Frontalangriff führt gegen alles in der Welt und ernsthaft ein Spiel rausbringt, in dem man sagt halt, diese Rasse ist minderwertig. Und damit im Prinzip, und, und, und das Ganze noch nicht mal irgendwie, irgendwie an einer kranken Fantasie orientiert, sondern es im Prinzip so schreibt, dass wir uns auf die echte Welt ja eigentlich übertragen wissen. Hier ist ja keine Fantasiewelt im Raum stehen, sondern es ist ja im Prinzip eine, eine Karikatur, oder eine gewollte Karikatur der echten Welt. Aber wo gehen die hin, Hauke? Gehen die zu irgendwelchen Nazi-Treffen und, und bauen ihren Stand auf und sagen, guck mal, was wir Feines für euch haben. Ja, muss ja wohl. Es gibt wirklich so viele bescheuerte Leute auf der Welt, das hält man einfach nicht aus, das hält man auch nicht für möglich. Es ist ja 124 Beknackte gegeben, die, die Geld dafür ausgegeben haben, damit einer anderen Beknackte auf der Kurs verklagen kann, damit er so einen Scheiß veröffentlicht. Also ganz ehrlich, ich dachte, ich habe mit KZ-Simulator damals auf dem Computer habe ich schon alles gesehen. Ja. Also. Okay, ja, hätte ich auch gegen, gegen geklagt. Ja. Dann haben wir es so, dass wir auf der KZ-Simulator halt den Antrag stellen auf Anastas 1,2-Liebe-Anordnung, dass ihnen das untersagt wird, das weiter zu verbreiten. Die Wurzelt auf der KZ-Coast ist allerdings im letzten Jahr im Dezember damit gegen die Wand gefahren. Der Anastas 1,2-Liebe-Anordnung wurde vom Bundesgericht abgelehnt. Und zwar aufgrund dessen, dass Wurzelt auf der KZ-Coast nicht glaubhaft machen konnte, dass die Marken, TSA und, insgesamt sind das sieben, das ist auch mit dem Schriftzug und so weiter und so fort, aber das sind jetzt Details, dass die Marken von Wurzelt auf der KZ-Coast nicht die ganze Zeit kontinuierlich genutzt worden sind, so dass der Markeninhaberschaft oder einer nicht eingetragenen Marke hier noch nicht glaubhaft gemacht wurde. Außerdem so das Gericht bestünde kein Bedürfnis für eine einstweilige Entscheidung, weil TSA wohl zumindest zugestanden hat, dass sie das Zeug nicht weiter vertreiben, solange die Hauptsache, also der Hauptprozess noch nicht abgeschlossen ist. Damit diese einstweilige Anordnung soll verhindert werden, dass während der Prozess noch läuft, vollendete Tatsachen geschaffen werden. Der richtige Rechtsstreit zwischen TSA und Wurzelt auf der KZ-Coast ist zur Zeit noch in der Schwebe, wem die Marken jetzt zugesprochen werden. Wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber zur Zeit hält TSA zumindest die Füße still, sodass sie sagen, wir veröffentlichen dieses Spiel erstmal im Moment nicht. Das ist die eine Baustelle und die andere Baustelle ist halt dann, dass Wizards of the Coast im November angekündigt haben. Also November 2022, ne? Genau. Also vor zwei Monaten. Im November gab es dann erste Gerüchte, ob die UGL, die Open Games License, ob die irgendwie geändert wird oder nicht. Und dann hat Wizards of the Coast im November gesagt, wir werden die drittparteiischen Drittschaffenden auch weiterhin unterstützen, sodass die auch bei OneD&D in 2024 mitmachen können und so weiter und so fort. Und da ging das weiter im Dezember. Dann gab es dieses Fireside-Gespräch, in dem Wizards of the Coast gesagt hat, dass Dungeons & Dragons untermonetarisiert sei. Das heißt, erziele nicht das an Gewinn, was wir eigentlich erzielen können, was ja nichts anderes heißt. Eigentlich, wir haben der Kundschaft noch nicht das ganze Geld abgenommen, was ihr ausgeben möchte. Und dann begann dieser ganze Stress mit der UGL, sodass wir im Prinzip jetzt dazu kommen, Ende Dezember, wo es dann tatsächlich losging, wo diese UGL wieder rufen werden sollte. Und das ist sozusagen die Ausgangslage. OneD&D soll kommen, es soll online-lastig sein. Und wir haben ein weiteres Unternehmen, das sich von Marken, von Dungeons & Dragons berühmt, und droht rassistischen Content zu veröffentlichen. Man muss hier auch im Auge behalten, das ist für uns Deutsche immer so komplett unvorstellbar, dass der Staat da nicht einschreitet. Das sind die USA. Da kann man so einen Quatsch, so einen Quatsch halt unter dem Label der Meinungsfreiheit tatsächlich veröffentlichen. Das kann man bei uns nicht. Aber dort geht das halt, solange das nicht als Hate Speech qualifiziert wird. Und das ist es wohl zur Zeit noch nicht. Und da versucht man dann halt mit dem Markenrecht, den Leuten halt das zu verwehren. Naja, du siehst ja, du kannst so eine Scheiße, kannst du publizieren, du kannst es in New York verkaufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Keiner wird ja da irgendwie von der Polizei den Laden da plötzlich dicht machen. Hast du an deinem Stand aber plötzlich ein Poster hängen, wo irgendwie eine weibliche Brust mit einem Nippel abgebildet ist, dann kommt die Sittenpolizei um die Ecke und brennt dir den Laden nieder. Ja. Okay, ja. Muss laden, ne? Ja, ja, du, äh, Punkt. Alter Falter, ey. Ja. Wobei man ja sagen musste, diese ganzen Drittparteien, die ja dann quasi auch für die, ähm, für die, für die OGL was gemacht haben, sprich für D&D, haben dann natürlich auch ganz gutes Geld dann auch teilweise mitverdient, ne? Also ich hab selbst hier einige Sachen, die unter der OGL quasi veröffentlicht wurden. Ähm. Der, der, der alte Margrieve zum Beispiel, ne? Ein wunderschönes Setting für, 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 für Dungeons & Dragons zum Beispiel. Oder die Welt von, ähm, von Critical Role zum Beispiel. Hat sich ja, glaube ich, auch irgendwie mit an die OGL mit angewandt und so. Also von, von daher wunderschöne Sachen eigentlich, ähm, entstanden. Aber so wie du das sagtest, ne? Jetzt will Wizards quasi den Leuten richtig an die Karre fahren, ne? Und wenn man sich die, die 1.1 OGL ja angeguckt hat oder sowas, die wollten ja irgendwie 25% dann davon haben, wenn du über 750.000 Dollar kommst. Äh. Und so wie ich die anderen verstanden habe, ähm, hast du 25% bezahlt, nicht für einmalige Verkäufe, sondern, äh, über den Zeitraum und es war kein Zeitraum angegeben, so bis 750.000 Dollar und ab dann hast du plötzlich 25% zu zahlen. Pibi, bevor, bevor wir jetzt in die, in die, in die OGL direkt reingehen, ne? Mhm. Würde, würde ich vorschlagen, dass ich nochmal vielleicht ein paar, paar Vorbemerkungen mal zur Rechtsnatur mache. Denn, denn so eine Open Game License, die fällt ja nicht einfach von der, von der Decke halt, ne? Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand da irgendwas ins Internet schreibt und ein anderer fängt halt an, dann irgendwie was, irgendwas zu schreiben und dann erscheint das und alle sind glücklich. Das ist ja, ist ja, ist ja doch ein, ist ja doch ein, ich sag mal, ein tatsächlich juristischer Prozess. Und dann muss man sich das auch einmal ganz kurz, ganz kurz vor Augen halten, was da eigentlich geschieht. Weil dann erklärt sich eigentlich auch vieles wiederum von selbst. Ja. Und zwar, als sie im Jahre 2000 die Open Game License sozusagen veröffentlicht haben, da haben sie ja im Prinzip Folgendes gemacht. Sie haben ein Angebot an eine Vielzahl von Personen gemacht und gesagt hat, wir bieten euch den Abschluss eines Lizenzvertrages an. Und jeder, deshalb offen, weil jeder dieses Angebot annehmen konnte und keine weiteren Sachen erfüllen musste, jeder, der dieses Angebot annehmen wollte, konnte quasi durch einen inneren Willensentschluss halt sagen, ich nehme diese, dieses Angebot an mit, wenn man das auf so groß ist, einen Lizenzvertrag schließen. Technisch gesehen hat Willens auch so groß auf den Zugang der Annahme verzichtet, das interessiert ihn ja gar nicht halt. Und derjenige, der dann sozusagen mit dieser Lizenz arbeitet, erkennt das halt an. Der Lizenzvertrag ist die Überlassung eines Nutzungsrechts und zwar hier an der geschützten Marke, eines geschützten Werkes. Und jetzt gehen wir gar nicht mehr in die Details rein, was da geschützt ist, weil das verstehe ich auch nicht. Das ist wirklich Urheberrecht nach Hochrecht, aber die Art und Weise, wie so ein Vertrag zustande kommt, das verstehe ich doch. Und dann schließen die einen Vertrag ab, nämlich einen Lizenzvertrag. Und das ist wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Ein Vertrag, wie das Wort Vertrag sagt, ist ja eine gegenseitige Sache halt. Ein Geben und ein Nehmen halt. Richtig. Und es sind halt auch zwei Willenserklärungen erforderlich, nämlich von beiden Seiten. Man muss sich einigen halten. Und was hier gemacht wurde, auf der einen Seite wurde der Drittpartei angeboten, eine Perpetual, das heißt eine ewige, also ewig heißt hier jetzt nicht, bis die Welt untergeht, sondern solange das geschützte Recht besteht, eine ewige Lizenz zu erwerben und im Hinblick auf diese Lizenz dann ja natürlich auch eigene Aufwendungen zu machen. Das heißt, die Leute investieren ja, um dann ein Werk zu erschaffen halt. Und was Wizards of the Coast bekommt, ist sozusagen der Goodwill der Community. Dass die Community halt sagt, alles klar, wir spielen hier mit Dungeons & Dragons. Das ist eine schöne Sache. Vielleicht kaufen wir nicht nur vom Drittanbieter, sondern auch von Wizards of the Coast halt. Richtig. Man wirbt sozusagen sozusagen mit Marktanteilen halt. Und das ist hier ein Vertragen. Und was dann später kam, ist halt die Frage, kann denn so etwas eigentlich widerrufen werden, wenn es ewig ist? Und man muss wohl sagen, ja, es kann widerrufen werden, denn sowas gilt natürlich auch immer nur zwischen den Parteien. Das heißt, wenn Wizards of the Coast heute, heute sagen würde halt, wir stampfen die OGL ein, dann stampfen sie die ein einfach. Da müssen die auch niemanden fragen. Die haben ja niemanden garantiert, dass es die für immer geben wird. Die haben halt nur gesagt, wenn du es angenommen hast, dann kannst du es weiterhin nutzen. Das heißt aber nicht, jeder, der es noch nicht angenommen hat, wird es in Zukunft annehmen dürfen. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, richtig. Das heißt, wenn ich den Lizenzvertrag geschlossen habe, dann profitiere ich auch weiterhin davon. Und weil es ein Vertrag ist, kann Wizards of the Coast nicht einfach einseitig aufheben. Das wäre eine Kündigung. Die haben nur bestimmte Kündigungsrechte nach dem US-Recht. Damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus im Detail, aber grundsätzlich müsste dann ein Kündigungstatbestand sein. In der Game License steht da insoweit nichts drin. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle anderen dann auch jederzeit vertrauen dürfen und auch Vertragspartei werden. Was dann aber dafür Sorge tragen würde, wenn jetzt Wizards sagen würde, ich stampfe meine OGL ein, ihr habt nicht mehr das Recht, quasi Sachen für D&D, mit Namen, D&D, was weiß ich nicht was, unter der OGL zu veröffentlichen, dürft ihr das auch nicht mehr verkaufen. Wenn meine OGL eingestampft ist, dürft ihr das auch nicht mehr verkaufen. Das würde dann ja dementsprechend dann so den Bumerangler ziehen. Da bin ich mir nicht sicher und das scheint auch im US-Recht nicht einheitlich beurteilt zu werden. Aha, okay. Man muss sich das mal für Exams zwecken. Ich schließe einen Vertrag mit Brothers of the Coast nach der OGL. Ich erfinde halt Haukos Battle Ex Mayhem und verkaufe das. Genau. So, du überlegst, ob du auch was ähnliches machst. Noch bevor du das machst, komm, du setzt auf the Coast an und sagst, wir stampfen die OGL, eine ist weg. So, jetzt die eine Frage, was ist mit dir? Bei dir ist Asche, bei dir ist Asche, ne? Ja, genau. Du kannst nichts mehr abschließen, weil es kein Angebot mehr gibt. Jetzt ist die Frage bei mir. Alles, was ich bisher gemacht habe, bleibt natürlich rechtmäßig, denn das kann ja nicht rückwirkend jetzt rechtswidrig werden halt, ne? Ich durfte es ja, also ich durfte damals darauf vertrauen, dass ich ja diese Lizenz hatte. Ich hatte sie ja auch, ich durfte es halt. Jetzt ist die Frage, dadurch, dass die OGL beseitigt worden ist und sie dir nicht mehr zur Verfügung steht, darf ich mich weiterhin darauf berufen, weil die im Verhältnis zwischen mir und Wizards of the Coast noch immer gilt, ja oder nein? Und da sagt die eine Seite, sagt halt, so etwas gilt weiter. Das heißt, die Drittanbieter, unabhängig davon, was Buzzards of the Coast ja mit der OGL macht, können die Drittanbieter, die sich einmal zu einer Lizenzvereinbarung erworben haben, weiterhin darauf berufen und im Prinzip, als ob nichts gewesen wäre, weiterhin ihr Geschäftsmodell weiter betreiben und die Gegenmeinung sagt, nee, das geht nicht. Auch die dürfen das zukünftig nicht mehr machen. Ein Argument dabei ist halt, dass man sagt, die Lizenz gilt ewig, solange das Schutzrecht besteht und das Schutzrecht besteht ja noch, das heißt, dann gilt die Lizenz auch weiterhin. Die andere Seite sagt, ja, das heißt aber, dass sie dann unwiderruflich wäre und unwiderruflich steht gerade nicht im Text drin und das muss wohl nach neuerem US-Urheberrecht muss das wohl explizit angegeben werden, was wohl 2000 noch nicht so war. Sagen sie halt, dann ist sie halt widerruflich und damit könnte im Übersatz auf den Kurs auch mich und mein Battle-X-Mayhem behemmen. Aber das sind Rechtsfragen, die kann ich nicht beantworten, aber das ist im Prinzip die Fragestellung, die wir dort haben. Wir müssen ja auch hier keine rechtliche, also Beratung sowieso nicht, also das davon mal abgesehen, aber ich finde das ganz spannend von wegen so, weißt du, so auf der einen Seite wird dann gesagt von wegen so, ja hallo, du hast keine Lizenz mehr, du darfst nicht mehr quasi was veröffentlichen, dann sagt die andere Seite aber auch von wegen, wieso, ich mache jetzt aber trotzdem noch was nach dem Motto und es könnte durchaus sein, dass die dann immer noch damit durchkommen, also das sind ja so juristische Dinge, da blickt uns Normalsterblicher ja irgendwie dann überhaupt nicht durch, also ich bin sehr gespannt in wie weit das dann noch Wellen schlagen wird. Ich sage es mal so, das Ganze ist ja im Prinzip so Stand letzte Woche halt, wo es dann darum ging halt, kann diese UGL beseitigt werden oder nicht und da muss man jetzt sagen, vor Gericht oder vor sie, bist du ein Gottesherrn, das weiß kein Mensch, das wird irgendwie eine Gerichtsentscheidung geben müssen und dann sind wir alle schlauer. Ob die dann richtig ist, das ist auch eine ganz andere Frage halt, aber gut, sowieso ist das halt. Was allerdings den Aufschrei, den Aufschrei innerhalb der Community betrifft, so ist eigentlich auch für einen Nicht-Juristen eigentlich ziemlich gut fassbar, warum es so geschieht und das möchte ich gerne mal im folgenden Beispiel illustrieren. Die geleakte OGL 1.1, von der du ja eben auch gesprochen hast, Piwi, ne? Genau. Ging ja darauf hinaus, dass das Users of the Coast einseitig die Vertragsbedingungen ändert, ein eigenes Verwertungsrecht am Inhalt der Drittanbieter erwirbt, möglicherweise sogar jetzt auch Lizenzgebühren erhält, die sogenannten Royalties, dass sie jederzeit die Vertragsbedingungen bestimmen können, dass der andere Teil sogar auf das Recht verzichtet, die Gerichte anzurufen. All das ist im Prinzip kein Vertrag mehr, sondern hier wurde aus einem Vertrag, der zwischen zwei Leuten auf Augenhöhe geschlossen wurde, ein Diktat. Äh. Und das ist das, was wir alle so unerträglich finden, dass hier aus, aus, aus einer fairen Gegenseitigkeit das Machtwort und, ja, im Prinzip das Recht des Stärkeren geworden ist. Und das, das ertragen wir halt nicht. Und da hat man auch ehrlich gesagt zu Recht halt, ne? Ja, so dieses, äh, was du gerade sagtest, so von wegen, so, also, so nach dem Motto, äh, friss Vogel oder stirb. Also entweder machst du mit oder du lässt es. Und wenn du es lässt, dann kannst du auch nachher nicht irgendwie deine Sachen, die du jetzt schon entworfen hast oder so, dann irgendwie den Kunden nochmal zur Verfügung stellen. Und B, dann auch dazu, äh, wenn du dieser ganzen OGL dann zustimmst, dann haben wir die Macht darüber von wegen, so was damit passiert. Du hast kein Mitspracherecht mehr. Ja. Und ich weiß nicht, an was mich dann erinnert. Das hatten wir schon mal irgendwann, Hauke, in unserer Hobbyzeit. Was? Mit diesem von wegen, so, entweder machst du das, was ich dir sage und wenn du Inhalte dafür machst, habe ich die Rechte daran. Ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist. Schneide ich nachher sowieso raus, aber ich weiß nicht mehr, wo das, wo das schon mal gewesen ist. Du, zwar, wo ist das Games Workshop gewesen? Na, und du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich hier, ähm, hier, der, der, die Fanfiction bei Games Workshop. Ja, sowas ähnliches habe ich, glaube ich, im Kopf. Ich bin mir aber ehrlich gesagt, nicht mehr sicher. Ich will da jetzt irgendwie nichts Falsches irgendwie erzählen, aber es kommt mir so, so dermaßen bekannt vor. Ne, so nach dem Motto, ja, produzier mal ruhig für uns, ne, ich sack mir das ein und, äh, du kannst von mir keine Garantie haben, A, dass ich es veröffentliche, B, dass, äh, ähm, du diese ganze Geschichte dann wieder kriegst und C, ähm, dass ich das nicht vielleicht auch nochmal anders verwurste. Ja. Ja. Ich weiß es nicht mehr. da muss man ja auch sagen, das ist ja hier sozusagen die, die geleakte OGL 1.1, ne, die ja dann dazu führte, dass ja Gott und die Welt und auch, ähm, die Küchenspiele durchgedreht sind auf die Barrikaden und, äh, da gab's ja massenhaft Aufrufe bei D&D Beyond auszutreten und das zu kündigen, was nur dazu führte, dass der Server, äh, vom Netz gegangen ist, ähm, Paizo hat eine eigene Open Game License, äh, angekündigt, es gab ja einen Riesenaufriss, ne, und jetzt kam ja heute dann die Mitteilung von, von, ähm, World of the Coast, dass man diese Open Game License 1.1, dass man die jetzt eingestampft hat, dass man der 1 gewürfelt hat dabei und, ähm, dass das wohl ein Fehltritt war. Ich find das so geil, weißt du, so, ja, auch, wir bleiben im Rollenspiel-Sprech und, hey, wir sind doch eure Kumpels, ne, und wir haben eine Natural One gewürfelt und so, ey, scheiße, sorry, ne, da hat sich doch keiner von dieser Firma, hat sich doch ernsthaft mit Leuten auseinandergesetzt, die, für diese OGL was tun, die an der Basis sitzen und so weiter, da saßen doch irgendwelche Leute wieder am Schreibtisch und haben sich das für sich überlegt, wir tun das so. Und dann ist es nach hinten losgegangen, weil, ah, der Server ist zusammengebrochen, ich hab gestern Abend versucht noch bei Paiso deren Sachen zu lesen, um, äh, mal mir das anzugucken, was die quasi vorhaben für ihre Open Game License, ähm, oder, ähm, Open Rollen, Rollplay, was weiß ich nicht, was, wie ist es genannt, Org hieß es dann, das war auch ganz, ganz witzig, ähm, der Server war auch zusammengebrochen, da ging gar nichts mehr bei denen, bei Paiso. So, und, 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 auf einmal, man sieht also, was man halt quasi als Hobby ist, für Möglichkeiten hat, wenn man geschlossen dementsprechend dann auch dann agiert, ich glaube, ich glaube, erst dann hat Ubersatz erst mal verstanden, ich glaube, da haben wir richtig Scheiße gebaut. Und ich, das ist ja, was ist ja, die haben richtig Scheiße gebaut. Ich glaube, die haben gemerkt von wegen so, dass das, was die gerade dann versuchen, nicht durchkommt. Und, ob die das nicht doch nochmal irgendwann auf einem anderen Wege versuchen, den lasse ich jetzt also mal offen. Ich würde das in der Tat, deshalb auch die lange Vorgeschichte, die ich hier erzählt habe, ich würde das etwas differenzierter betrachten wollen. Und zwar, Wotzi hat im Prinzip drei Gründe vorgeschoben, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wir machen die Open Game License jetzt anders, wir ändern die. Der erste Grund, den sie genannt haben, ist halt, dass es zwingend notwendig ist, dass sie die Open Game License nicht bereitstellen, für Leute, die siehe Star Frontiers, New Genesis, die nationalsozialistischen oder sonstigen widerliche Scheiß halt machen. Dass die an der Open Game License nicht profitieren können. Und da haben sie einen Punkt, ob das jetzt im Verfahren mit TSA wirklich notwendig ist, die Open Game License zu ändern, ist natürlich eine völlig andere Frage. Also für das Verfahren mit TSA brauchen sie das definitiv nicht. Aber als Grundüberlegung, wenn man mal festgestellt hat, dass man auf einmal mit völlig schwachsinnigen Leuten sich rumärgern muss mit sowas. Ja. Dass man dann sagt, okay, um jetzt noch weiteren Mist von vornherein ausscheiden zu können und damit wir das Spiel dagegen verteidigen können, die Open Game License zu ändern, halte ich für per se erstmal für einen vernünftigen Ansatz halt. In der Art und Weise, wie das gelaufen ist, ist das sicherlich nicht notwendig. Sodass ich sage halt, das Ziel ist hier sicherlich lobenswert. Wobei ich auch nicht glaube, dass es da um die politische Reichweite der Sache geht, sondern wahrscheinlich eher darum, die Firma vor den schädlichen Folgen eines solchen Verstoßes zu schützen. Aber gut, egal. Also lange Regel, kurzer Sinn. Diese Stoßrichtung halte ich für richtig und nur das Mittel, das gewählt wurde, halte ich für falsch. und das andere, was die geschrieben haben, das wurde im Prinzip im Netz ja schon weitgehend als Lüge bezeichnet. Dass die gesagt haben, es ist uns nicht aufgefallen, dass wir dadurch, dass wir eine Zurücklizenzierung haben, also sprich, dass wir den ganzen Content der Drittanbieter sozusagen als eigenes Recht erwerben, ist uns gar nicht aufgefallen, dass man das irgendwie als enteignungsgleiche Sache betrachten könnte. Darauf sind wir gar nicht gekommen. Ja, ganz im Ernst, als ich das das erste Mal gehört habe und ich bin kein, kein Fachanwalt für Urheberrecht, da hatte ich sofort die Idee. Genauso wie du. Das kenne ich doch irgendwo her. Das klingt so vertraut, ne? Ja, also das ist natürlich Quatsch, das wussten die ganz genau. Und letztendlich steht dahinter ja auch eine andere Überlegung. Die wollen ja, also das unterstelle ich einfach, die wollen, dass für sie unprofitable Geschäft mit den Drittanbietern beenden, schlicht und ergreifend. Die haben ja kein Interesse mehr daran, nachdem sie so eine Marktposition erworben haben, aufgrund der Mithilfe der Drittanbieter, jetzt sozusagen den Drittanbietern sozusagen ein Stück vom Kuchen abzugeben. Das wollen sie halt nicht mehr. Und auch das ist unfair. Wenn aus geschäftlicher Sicht auch nachvollziehbar. Aber dort hört es halt irgendwann auf. Dort wird es dann wirklich anstößig, das Gewinnstreben. Aber ich weiß gar nicht, ob die Drittanbieter, die sich oder die Produkte produzieren für die OGL, für D&D 5, ob die überhaupt Rechenschaft ablegen mussten gegenüber irgendwem, wie viel Umsatz die quasi mit dem Produkt gemacht haben. Also bisher mussten sie das nicht. Weil das wäre nämlich dann mit der 1.1 nämlich dann nachher gekommen. Ich glaube, da musstest du dir ganz genau darlegen, wer wie was an Gewinnen erzielt. Exakt. Deshalb ist ja auch die erste, die Open Game License ist deshalb open, weil man sich nicht anmelden muss. Und bei der 1.1, bei der die hätte kommen sollen, hätte man sich ja tatsächlich anmelden müssen bei Wizards of the Coast, um dann später auch Rechenschaft abzuleben. Da steht exakt drin, in dieser 1.1, bis zu welchem Datum das einzureichen ist. Und nicht nur, dass man darüber Rechenschaft ablegt, wie viel man verdient hat, sondern Wizards of the Coast kann die gesamten Geschäftsunterlagen einziehen halt. Wenn man sich diese Open Game License 1.1 durchliest, hätten wir das nicht für möglich, was die sich da sozusagen rausnehmen. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das krasseste, dass man sogar das Recht abgibt, der Gericht, um Rechtsschutz anzurufen. Das finde ich unglaublich aus meiner persönlichen Sicht, aber so ist es halt. Und da hat man gesagt, nein, das machen wir auf keinen Fall mit. Ja, du bist quasi als Subunternehmer für Wizards, also du bist nicht direkt bei Wizards angestellt, sondern du machst einfach Dinge und arbeitest denen dann zu. Du kannst zwar deine Sachen verkaufen, aber das richtige Stück vom Kuchen werden sich dann andere dann irgendwie abschneiden. Genau. Ich weiß nicht, Hauke, ob das nicht irgendwann doch nochmal so sein wird, dass die dann irgendwann sagen, so liebe Leute, also wenn ihr Drittanbieter Sachen machen wollt, dann macht ihr mit uns jetzt einen vernünftigen Vertrag. Wir gucken da drüber und entscheiden, ob das in unsere, wie soll ich sagen, in unser Gusto quasi passt. Ja, es ist ja noch nicht raus. Also das Einzige, was wir wissen über die Open Game License, die jetzt kommen soll, ist halt, dass sie nicht mehr 1.1 heißt, sondern 2.0. Was da Inhalt ist, weiß kein Mensch. Was heute veröffentlicht worden ist, ist halt ein FAQ zu einer Lizenz, die noch gar nicht geschrieben wurde. Das ist auch ganz geil eigentlich. Ja, das ist auch schon wieder, weißt du, das ist auch schon wieder so, keine Ahnung, das ist auch wie so ein sterbendes Kind um eine Fresse. Also, weiß ich nicht. Also ich habe heute nochmal einen Artikel gelesen mit der CEO von Wizards, da hat sie ja auch dann irgendwie Sachen dann von sich gegeben, ich will die jetzt einzeln wiedergeben, wir verlinken das einfach mal, ich versuche das alles mal zusammenzutragen. Aber im Grunde genommen hast du genau gemerkt, es war wieder dieses typische CEO, Geschäftsgeführer, Gelaber, weißt du, ja, ich bin total an der Basis dran und ich weiß, was die Leute wollen, ja, einen Scheiß wissen diese Leute. Auf jeden Fall. Also, ich persönlich gehe davon aus, dass die sich im Prinzip nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten messen lassen müssen. Und ihre Taten sind, ist dieser Fireside-Shed vom 8.12.22, in dem dann letztendlich gesagt wurde, aber gut, Dungeons & Dragons ist untermonetarisiert und das, was von Cynthia Williams, von der du ja gerade gesprochen hast, die sagte ja sogar halt, dass es dann möglich sei, also mit OneD&D, dann wäre es möglich, die wiederkehrenden Einnahmen dem Unternehmen zu eröffnen und zwar in der Art und Weise, wie wir sie heute bei digitalen Spielen sehen. Also, da wird im Prinzip vom Kunden gesprochen, ich glaube, das hat Discourse Manager gesagt, vom Kunden gesprochen, als ob er das Hindernis ist, das zwischen dem Unternehmen und dem Geld steht. und diese Leute, die scheinen, weiß nicht, die scheinen einfach in dieser Business-Welt zu leben, dass sie da komplett die Bodenhaftung verloren haben und auch, glaube ich, überhaupt gar nicht verstehen, mit wem sie das hier zu tun haben. Nein, tun die auch nicht. Den Eindruck habe ich immer. Und dann kommt noch dieser ganze Spruch damit bei, von wegen macht, macht geil. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch schon mal gehört hast. Ja. Das trifft natürlich hier auch mit rein, weißt du, und wenn ich das sehe, so, wer weiß, wer da auch beratend tätig ist, da sind da bestimmt irgendwelche Consulting-Firmen da mit bei und die holen natürlich dann halt ihre Zahlenleute da raus und fangen an, dann die Zahlen zu durchgucken und so weiter, die dann aber vielleicht auch sehr, sehr schnell vergessen, aufgrund ihrer Ich-schau-nur-auf-die-Zahlen-Drauf, wer diese Zahlen eigentlich einbringt. Und das werden nicht irgendwelche Berater sein, sondern das sind wir Leute da draußen, das sind wir, Familienväter, die, oder Ehefrauen und Menschen, die einfach sagen, ich habe Lust auf dieses Hobby und ich gebe dafür Geld aus. Und wenn ich die ganze Zeit diese Personengruppen quasi jetzt so langsam, aber sicher anfange zu melken, wird irgendwann derjenige sagen, wisst du was, gucke ich mir halt mal was anderes an. Zwar es ja so ist, Unsure on the Coast hat heute geschrieben, die Community hat gewonnen, in Klammern, weil sie die Eis gewürfelt haben, Wizards on the Coast aber auch. Und das ist auch einfach nicht zu treffen, denn wer gewonnen hat, wissen wir noch gar nicht, denn wir wissen nicht, wie die Open Game License 2.0 aussehen wird. Das Einzige, was wir als sicher mitnehmen können, ist halt, dass hier aus meiner Sicht versucht wurde, das offene D&D zu einem geschlossenen System zurückzufahren, die Marktteilnehmer herauszudrängen und auch das muss man sagen, aber hier auch versucht wurde halt, ich weiß aber noch nicht, wie ich das nennen soll, dieses Zeug da von Star Frontiers, also wirklich verabscheuenswürdigende Abarten von Dungeons & Dragons halt zu verhindern. Das gestehe ich der Firma zu, dass sie das auch will, aber ansonsten muss sie sich daran messen lassen, was sie da tut und das wirft zur Zeit kein gutes Licht auf die Firma und vor allem, das ärgert mich glaube ich am meisten, ich fühle mich einfach nur belogen halt. also wenn man sich überlegt, dass diese Open Game License 1.1, die soll nach Mitteilung aus mehreren Quellen die soll mit NDAs, also mit Schweigevereinbarung verschickt worden sein an Leute, die Drittanbieter sind und die Sache, die mit Schweigevereinbarung bewährt war, wird jetzt zu einem Entwurf runterstilisiert und das halte ich halt nicht für ehrlich. Da sollte man lieber einfach sagen, was man einfach vorhatte und dann ist gut halt. Und ansonsten müssen wir einfach gucken, was passiert. Und Vivi, du hast ein wichtiges Wort angesprochen, vielleicht sollte man mal überlegen, ob man vielleicht bei Ursas auf so Kurs einfach mal Geld vorenthält und das mal vielleicht bei einer anderen Firma lässt. Ja, was ich ja vorhin sagte, ich habe andere Rollenspielprodukte gekauft, also ich habe mich jetzt mal Richtung Pathfinder orientiert, habe die Einsteigerbox für saukoole 39 Euro gekriegt, finde ich einen absolut fairen Preis für eine Einsteigerbox und habe mir jetzt nochmal als PDF das Grundregelbuch für 10 Dollar geholt. Was man dazu sagen muss, Pathfinder 2 gibt es glaube ich auch als kostenlose Regeln da draußen, also von daher müsst ihr normalerweise auch gar nichts bezahlen. Nur mal so als Info, ne? Ich werde mir das mal angucken, ich werde mit Sicherheit auch das ein oder andere Spielchen dazu mal anbieten und aber Hauke, das was wir ja schon mal letztens sagten, so als wir schon mal über D&D One geredet haben oder One D&D geredet haben, dieses Ding wird Realität werden. Also wir werden mit Sicherheit eine Plattform haben für D&D, wo wir nämlich genau diese Scheiße haben, wo Wizards of the Coast genau sagen wird, das will ich auf meiner Plattform und das will ich da nicht drauf haben. Auf einer Seite ein gutes Ding, auf einer Seite ein schlechtes Ding. Ich kann gute Sachen nämlich zulassen und kann die beschissenen Sachen, wie du sie vorhin erzählt hast, wie mit irgendwelchen Leuten, die da meinen, von wegen so, ich muss jetzt Schwarze da irgendwie besonders diskriminieren und so weiter und so fort. Die kann ich dann auf dieser Plattform nicht zulassen. Das ist ja auch gut. Aber dennoch wird uns dieses One D&D so präsentiert, als ob es der Nonplusultrashit ist. Warten wir ab, da wird die nächsten Wochen und Monate noch was kommen. Die müssen jetzt ja wieder anfangen, die Community so ein bisschen wieder einzufangen und werden denen wahrscheinlich keine Ahnung, wieder so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, um es mal mit deutlichen Worten zu sagen. Und dann werden die solche Sachen, wenn die Leute umgeswitcht sind auf One D&D, werden die auch anfangen zu melken. Ja. Und das wird so kommen. Das denke ich auch. Das können wir so stehen lassen und das können wir auch die nächsten Jahre so stehen lassen. One D&D ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern One D&D ist einzig und allein dazu gekommen, um uns allen das Geld aus der Tasche zu ziehen und Fragen die nach Sonnenschein. Ja. Also exakt so ist es. One D&D ist keine Sache, die dem Kunden, glaube ich, viel bringen wird. Also natürlich wird sie auch einen gewissen Mehrwert haben. Das wird ja keine nutzlose Sache sein. Aber wahrscheinlich steht finanzieller Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zur jetzigen Situation, sodass One D&D eigentlich eine Sache für das Unternehmen ist, nicht für den Kunden. Und genauso ist die OGL. In welcher Art auch immer man sie umändert, sie wird nicht den Drittanbieter dienen, sondern der Firma. Das ist ganz, ganz klar. Das ist ja die Maßstrichtung auch. Kann ich auch verstehen, aber dann soll man das auch sagen und kann kein Blödsinn verbreiten. Also das, dafür sind wir einfach zur Erwachsenheit. Ja, wir schon. Aber die da, sag ich jetzt mal, die da in so einem Firmensessel da sitzen, die denken vielleicht auch nochmal noch eine Spur anders. Und ich finde, es ist einfach nur ekelig. Ich finde diese Denke ekelig. so tun, als ob man an der Basis dran ist, aber eigentlich von seinem Produkt, was man da hat, überhaupt oder von auch der Community, gar keine Ahnung zu haben. Ja, vor allem finde ich das auch einfach bescheuert, dass man versucht, uns so offensichtlich hinter das Licht zu führen. Nicht nur, dass man uns bescheißen will, sondern dass man uns auch dafür zu blöd hält, dass wir das bemerken. Ja. Das kriegt der Kunde gar nicht mit. Genau. Doch, kriegt er. Und dementsprechend reagiert er auch halt. Naja, okay. Mal gucken, was passiert. Also die Sache ist nicht zu Ende, ganz im Gegenteil. Das geht wahrscheinlich noch richtig weiter und mal gucken, was passiert. Ja, also ich hätte nicht gedacht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass das so schnell quasi den australischen Bumerang wieder zurückwirft. Also von der Ankündigung von der OGL und die ersten Videos, die dann ja aufgetaucht sind bei YouTube bis hin zu dem Wir haben Scheiße gebaut Post. 72 Stunden? Ja, ein bisschen mehr war es schon. Ich versuche das gerade nochmal zu rekapitulieren. Ich habe ja die Leute in der WhatsApp-Gruhe damit ordnungsgemäß voll gespammt. Ja, ist alles gut. Aber während du suchst, weißt du, ich kann das verstehen, wenn Wizard sagt so, wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Was heißt ein bisschen Geld, wir müssen Geld verdienen. Wer da draußen sagt, Wizards of the Coast sollte das alles kostensfrei zur Verfügung stellen, Leute, funktioniert nicht. Davon mal abgesehen. Aber auf der anderen Seite muss man einfach mal gucken von wegen, wenn ich mir als Spielleiter, so und das ist ja auch durchaus verständlich, wenn Wizard sagt, so die Spielleiter, die zahlen, sag ich jetzt mal, 60, 70 Prozent der ganzen Produkte und die anderen Spielerinnen und Spieler setzen sich an den Tisch und sind dann einfach nur noch Nutznießer. Ich fülle denen den Bogen aus, ich gebe denen aus meinen Büchern, gebe ich denen die ganzen Zauber und die spielen quasi kostenlos mit. So nach dem Motto. Vielleicht ist auch ein Umdenken innerhalb der Spielgruppen erforderlich, wo man mal einfach sagt, so liebe Leute, vielleicht müsst ihr einfach mal mit hingehen, so nach dem Motto, wir spielen das Abenteuer, du bist letztes Mal dran gewesen, hast das Abenteuer gekauft, jetzt bist du dran, jetzt kaufst du das Abenteuer oder man, keine Ahnung, man schmeißt einfach gemeinsam was in einen Pott, wo dann solche Sachen daraus finanziert werden, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie man es am besten macht, aber dieses, der DM kauft immer alles und versorgt immer alle, weiß ich nicht, ist vielleicht auch nicht gerade die richtige Art und Weise. Nee, wobei man ja auch sagen muss, also damit bin ich ja auch, ich bin ja völlig einverstanden damit, dass Leute, die gewerblich eine Open Game License benutzen, dass die Lizenzgebühren bezahlen, das halte ich für völlig fair. Natürlich. Aber ob 25% angemessen ist, ich glaube, nein, das könnt ihr machen, wenn ihr eine Lizenz von LucasArts an Fantasy Flight Games erteilt oder so. Wenn ihr, oder, ne, wenn ihr hier bei Star Wars Legion, wenn ihr da 25% oder an Lego, Alter, deshalb sind die Lizenzgebühren gezahlt werden. Okay, das könnt ihr untereinander machen. Aber wenn da irgend so ein Typ, der einen Umsatz von 750.000 Dollar hat, das hört sich ja erstmal viel an, ne, 750.000 Dollar Umsatz, das heißt noch lange nicht, dass der Saus und Braus liebt halt, ne, weil der hat ja vielleicht auch Angestellte, die er bezahlen muss, Künstler und so weiter und so fort. Wenn der denn auf einmal 25% Gebühren zahlen muss, dann stelle ich mir das schwierig vor und das ist auch so diese, diese generelle, also das ist ja eine völlig, völlig losgelöste Betrachtung vom Einzelfall und wenn es nur die 20 pro 20 Leute gibt, die mehr als 750.000 Dollar damit verdienen, dann brauchen wir doch nicht die ganze Open Game License zu widerrufen, sondern da kann man die doch gezielt ansprechen und sagen halt, pass mal auf, wir machen einen exakten Vertrag zwischen uns beiden, der uns allen gerecht wird und dann kann man denen ja noch mehr Rechte einräumen zum Beispiel und Gebühren einkassieren halt, gehen auch alles halt. Ja, aber das war ja nicht die Stoßrichtung, das ging ja nicht um einen fairen Austausch, sondern es ging darum, aus dem Open D&D ein geschlossenes D&D zu machen. Das ist die Stoßrichtung. Genau. Und ich finde, es ist immer noch eine andere Nummer, ob ich jemanden habe, der sich privat hinsetzt, Abenteuer schreibt, Monster erdenkt, Karten erstellt, Abenteuer für die Community da draußen erstellt, und die quasi fast kostenfrei so zur Verfügung stellt oder sagt, hier, wenn ihr Bock habt, spendet doch irgendwie was oder so. Gegenüber einer Firma, die damit richtig Kohle verdienen will. Ja. Also das sind für mich so einfach so zwei Punkte, wo ich einfach sage, da wird vielleicht mit zweierlei Maß gemessen. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade hier meinen Post wiedergefunden. Richtig los ging das ungefähr am 7. Januar. Da gab es, da gab es den Beitrag bei YouTube, ist auch geil, Delusion, the company wages war against the fans. Also wahnhafte Firma führt Krieg gegen ihre Kunden halt. Das ist das, wie Wizards auf so groß wahrgenommen wurde. Als wahnhafte Firma, die Krieg gegen die Kunden führt halt. Ja, und eine Woche später, also genau heute, eine Woche später ist dieser ganze Kram erst mal erledigt, allerdings mit offenem Ende, muss man auch zugeben. Ja, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma wie Wizards einfach so klein beigibt, weil der Aufschrei in der Community relativ groß gewesen ist. An was misst man groß? Also, wenn ich meine Timeline bei YouTube angucke, wenn ich das Video von Discourse Ministers angucke, werde ich auch plötzlich ein Video dabei haben von XYZ. Dann habe ich plötzlich ein Video dabei von Orkenspalter, die ein Video gemacht haben, die sich jetzt aber auch wieder hingesetzt haben und sagen, ey Leute, neue Erkenntnisse, wir haben das alte Video runtergenommen, wir haben dafür ein anderes Video hochgeladen zum Beispiel. Also, gerade in diesem Sozial-Media-Bereich werde ich dann ja genau so gefüttert, wie der Algorithmus es mir vorschlägt. Deswegen ist die Frage, ist der Aufschrei, war er wirklich so groß? Dieses Mal würde ich sagen, ja, war er, weil wenn er leider schon die Seite von Peison nicht erreichbar ist, wenn die Seite von Wizards of the Coast nicht erreichbar ist, wo mir der Server antwortet, too many requests, dann läuft da was. Wir müssen leider auch sehen, dass die ganze Sache, die hat echt Wellen geschlagen. Also, das ist ja auch definitiv in den Mainstream-Medien angekommen. Es gab einen Bericht bei The Guardian, es gab einen Bericht bei MSNBC darüber. Und wenn das in diesen Medien darüber berichtet wird, dann erreicht es auch die anderen Wirtschaftspartner von WhatSee. und ich gehe davon aus, dass bei Wizards of the Coast internen Köpfe dafür geholzt sind, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn so viel Porzellan innerhalb von sieben Tagen zerschlagen kann man gar nicht. Und die waren ja schon auf einem guten Weg, alles kaputt zu machen, mit ihrem Fireside-Chat und dass das alles untermonetarisiert sei und was sie da alles sich da so vorgenommen haben, das hat den ganzen jetzt zur Zeit erstmal die Krone aufgesetzt. Ich war auch fassungslos, als das jetzt sozusagen die nächste Aktion war nach dem Fireside-Chat, dafür ich einfach nur dachte, das können die nicht weinen. Wieso laufen die Arbok? Wollen die Unternehmen wirklich kaputt machen halt? Irre. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass solche Unternehmen wie Paizo, die ja zumindest auf einer ganz anderen ethischen Ebene zu stehen scheinen, ob das wirklich ist, das weiß ich nicht, aber sie scheinen es zumindest. Solchen Film kann ich nur Glück wünschen. Auf jeden Fall. Also wenn das wirklich so kommt, dass die quasi ihre Org-Lizenz, sprich also, dass man dann halt deren Spiele für offene Drittanbieter-Produkte freischaltet, wenn das dann wirklich so ist und die springen in die Bresche, dann könnte es wirklich durchaus sein, dass dann sich viele Leute sagen, hm, okay, veröffentliche ich doch was für Pathfinder und nicht unbedingt für D&D, weil wer weiß, was D&D in fünf Jahren nochmal mit mir macht. Eben. Und ehrlich gesagt, es gibt ja auch gar keinen Grund mehr, wenn ich jetzt, wie ich halt sagte, Haukes Battle-Ex-Mayhem, warum soll ich das denn bei D&D andocken, wenn ich das genauso wie bei Pathfinder andocken kann? Das macht doch gar Unterschied für mich. Also das ist doch völlig, völlig irrelevant eigentlich. Und je öfter du das sagst, desto mehr Bock habe ich das zu spielen. Haukes Battle-Ex-Mayhem. Ich muss gerade an C64 denken und Barbarian, weißt du, wo der da reinkommt und dann hackt er dem so den Kopf ab und so, ey. Ja, Hauke, du schaffst es echt immer irgendwelche Leuten irgendwelche Sachen in den Kopf zu pflanzen. Das ist ganz geil. Ja, aber wirklich. Ich habe auf der einen Seite habe ich das Unternehmen, das versucht, mich zu enteignen. Auf der anderen Seite habe ich ein Unternehmen, das eine offene Spiellizenz erschafft und aus der Hand gibt. Palso sagt ja halt, Rechteinhaber soll dann halt nicht das eigene Unternehmen sein, sondern eine dritte Partei, ähnlich wie bei Nindox halt. Dass es sozusagen getrennt wird. Und wenn dann andere Unternehmen auch noch mitmachen. Und ich sage mal so, in berechtigter Art und Weise, nach wirtschaftlichen Erfolgsstreben, da sollen die das doch machen. Aber eben halt nicht in dieser, in dieser, weiß nicht, auf sittlich niedrigster Stufe stehenden Gewinnstreben halt. Also den letzten Euro aus den Leuten rauszupressen, weil das untermonetarisiert sei. Also ich denke, ich gehe doch lieber zu den derenden Leuten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, aber das ist, ja, weiß ich nicht. Also bei diesem Fireside-Chat vielleicht auch nicht gerade wirklich geglückt ausgedrückt worden von ihr. Hätte man vielleicht auch irgendwie anders sagen können oder irgendwie sowas. Also ich kann dieses, was ich vorhin sagte, dieses Beispiel zwischen ich bin als Spielleiter, ich kaufe mir etwas und versorge dann den Rest der ganzen Mannschaft. Ich fütter die quasi durch und alle setzen sich hin und erwarten dann quasi von mir als Spielleiter so nach dem Motto, ah, der hat sich ein neues Buch gekauft. Okay, alles klar. Ich brauche ja nur sitzen und mitspielen, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist etwas wirklich, wo man mal auch als Spieler überlegen muss, ob das, wie gesagt, der richtige Weg ist. Ja. Oder ob man nicht sich dann einfach mal sagt, so von wegen so, okay, ich will, dass das System am Leben bleibt. Okay, dann kaufe ich mir das Spielehandbuch. Ja, oder die, ich meine, vielleicht ist es mal insgesamt meiner Zeit, einfach mal die Mitspieler aufzurufen, einfach mal vielleicht ein Buch zu kaufen und das dem Game Master zu schenken, wenn der sonst mal alles besorgt hat. Das ist doch auch eine nette Geste einfach. Ja, ich denke auch. Also von daher, ich glaube, das machen auch einige da draußen schon. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie jetzt noch mal so runden, wenn ich jetzt an unsere Runden überlegt habe oder so. Ähm, also da hat immer irgendwie einer was mitgebracht. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht Spielbücher, aber der hätte mal gesagt, so, pass mal auf, ähm, heute Abend bringe ich Chips mit oder irgendwie was. Ich versuche den dann dadurch irgendwie so ein bisschen, ähm, auszugleichen mit solchen Geschichten oder irgendwie was. Ja. Viel ist passiert die letzten Tage über die Open Game License und Wizards of the Coast und so weiter und so fort. Hauke, vielen Dank für deinen Rechercheaufwand, den du betrieben hast. Du, das, 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 das ging von selbst. Ich bin heute Nacht um eins aufgewacht und hatte dann irgendwie Langeweile und habe das einfach alles, das einfach mal alles gelesen halt. Und das war ja, es war ja echt faszinierend und wie ich bereits sagte, also, ähm, die Geschichte von, von, von D&D und TSA bietet sich tatsächlich an, äh, auch nochmal ein bisschen, bisschen breiter auszuwalzen, denn wir werden, wir werden dann auch sehen, das muss ich mal ganz kurz vorwegnehmen, dass in den 80er Jahren TSA mit ähnlichen Vorwürfen wie Wizards of the Coast konfrontiert war. Na, hat man nämlich zum Beispiel gesagt, dass TSA eigentlich dafür steht, für Two, ähm, too many, too many supplements required, dass für jeden, das war ja so gut, Leute, für jeden Scheiß im Buch rausgebracht wurde, um die Kundschaft zu schröpfen halt. Es wiederholt sich halt alles, ne? Ah, wollte ich gerade sagen. Und wenn du wissen willst, wie dein Zwerg heute Abend seine Fußnägel geschnitten bekommen hat, dann brauchst du den Erweiterungsband, der dich nur läppische 39,95 Dollar kostet. Genau. Ach ja, ja, Geschichte wiederholt sich, habe ich das Gefühl, Hauke. So ist es. Ja. So, damit machen wir jetzt den Deckel drauf. Uns würde interessieren, wie habt ihr dieses ganze Debakel, man muss es ja wirklich sagen, wie es ist, wie habt ihr das ganze Debakel da draußen erlebt mit Wizards of the Coast? Habt ihr Angst vor One D&D? Freut ihr euch? Oder sagt ihr euch, na, ich glaube dem Ganzen erstmal nicht so richtig und werde erstmal abwarten und vielleicht schaue ich mir ein anderes System an. Schickt mal ruhig eure Sprachnachrichten dazu gerne an podcast.dysonauts.com oder auch gerne E-Mail an dieselbige. Dann würden wir uns mal dann vielleicht im nächsten Podcast wiederhören. Es würde mich freuen, auf jeden Fall. Hauke, vielen Dank für deine Zeit und für deine Recherche nachts um eins, da durch die Gegend tapern und dann irgendwelche Sachen lesen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Leute, wir machen es nur. Tschüss. Ciao, ciao.